neue season neues glück vengard season 3 gestartet der fanny hat leider heute keine zeit aber wegen rein radar tdm mal gucken was da abgeht ich wollte mal neue waffe ausprobieren schauen wir mal spielen tdm warum höre ich denn auf zu schießen ja es gab jetzt auch ein snoop dog bundle aber ganz ehrlich das mit zu teuer 2400 points für ein skin ich weiß nicht und irgendwie habe ich gerade so screen tearing drauf irgendwie irgendwas gemacht was nicht so cool ist ja schießt auch mich den habe ich der ist auch ich hatte noch ein schuss im magazin und ihr sagt auch nichts was ist da los was ist da los ich weiß das ist nicht live aber ihr habt nichts gesagt ich brenne oh nein alter ist vor noch vor dem typen der damit seiner schrotze kämpft hat ihn jetzt meine getötet und da wurde ich weggemacht ist er hier raus da war noch einer da liegt unter mir einer der schimmel da einfach so ein hässlichen ich komme auch einfach nicht auf meine drohne ich schaffe nicht noch meine drohne hier im tdm das ist doch eine sauerei nach lang geht er halbwegs schnell bei der kiste aber sonst 13 9 ist nicht gut alter er und seine schrotze jungen die late die leiten die rente einfach durch seine schrotze erkennt da gar nichts er ist einfach das ist das die 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 da haben wir verloren 16 14 aber eine krasse runde viel action nicht eine abschlussserie den skin habe ich auch den gab es im battle pass dazu ja da hat er einfach mal reingehalten team mvp meiste eliminierung meiste mehrfach abschüsse bin ich höchste kd 1 fünfer ist jetzt nicht dolle für eine tdm runde naja auch sehr eng und actionreich endlich urlaub in der oase zehn gegen zehn tdm auch die runde läuft schon mal ein hoch auf mein internet oder auf mein ping je nachdem irgendwas ist bei mir immer scheiße meine und da war noch rechts einer so eine sauerei aber auch ich will übrigens grad die kgm 40 weiß das ding dies gar nicht so scheiße da war snoop docks weiß nicht ob man den braucht aber den gibt es kämpft er immer noch mal das tut der ist weg ein bisschen hier am rand aufhalten kann nicht verkehrt sein schnell mal nachladen da von hinten Ansonsten, ich habe mir heute noch mal gesehen, Call of Duty hat 50 Millionen Spieler verloren in Vanguard und Warzone. Ja, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, muss man aber nicht. Klar, einige Maps sind sehr Camper-lastig und Warzone ist ja eh ein bisschen spezieller. Hä? Wo ist sie hin? Tot? Aber trotzdem, das Spiel ist ja nicht schlecht. Es macht ja Spaß. Also es gab Call of Duty Teile, die beschissener waren. Und ich sage mal, ich spiele jetzt auch nicht gerade was Brauchbares hier zusammen. Muss man ja sagen. Ja, wo schimmelt da hier einer? Natürlich stirbt er nicht. Verbündete Möhrser, Gleitbomber, D-Stars, alles. Einmal alles. Noch mal hier ein bisschen schön. Gucken, dass wir irgendwas treffen. Kriegen wir einfach nur auf den Sack gerade, ne? Unser Team verliert auch. Jetzt häng ich, ich häng hier. Wir fangen hier fest. Eliminierung, aber nicht mein Kill. Belastend. Irgendwo der im Dschungel ist einer. Mehrere. Und dann sind wir gestirbt. Ist keine schöne Runde gerade, aber sie macht trotzdem Spaß. Muss man ja sagen. Weil es ist Bewegung drin. Es sind nicht Camper unterwegs. Es ist ja... Es ist ja ein ganz... Es ist eine ganz normale Runde mit Laufen und Schießen. Auch wenn wir die ganze Zeit drauf gehen, aber das kann auch an unserer Waffe liegen. Aber ich kann nicht immer das MG42 spielen. Es ist ja auf Dauer wahrscheinlich für alle langweilig. Da war einer. Der Schaden kriegt auf jeden Fall. Kopfschuss. Wir haben verloren. 94, 125. Wir waren auch kacke. Mit 12, 14. Ja, aus unserem Team waren auch bloß... Die ersten drei waren gut. Der Rest ist Schmutz. Da gehören wir auch zu. Klaus Kinski. Den letzten Abschuss gemacht. Ja, alles klar. So ein am Bodenschirm. Na, wer ist denn Team-MVP? Ich wahrscheinlich nicht. Nee, ich bin nicht dabei. Und es geht schon wieder los. Call of Duty Wingard auf der Maps Tuscan. Wir spielen Kontrolle. Angriffstempo 8 gegen 8. Der hat mich noch gekriegt. Die Sau. Die Sau, Junge. Drünchen. Ich muss alles nachladen. Komplett leer. Den einen habe ich noch mitgenommen. Gleit die Schmeities. Triple Kill. Nehmen wir mal ein. Joa, easy. Zeit den Wechsel. Geht das? Krass. Volle graf für die Spray hier. So. Geh auf A. Takt bei Able. Da oder da sein. Umkämpft. Gleich mal zwei weggema. Legt euch mal nicht mit mich an. Oh, von vorne. Was? Ich war noch drauf. Joa, voll drauf, Junge. Ach, schade. Das wäre natürlich knaller gewesen. Aber ich kann hier reinschmeißen. Die haben Trophy-System bei A stehen. So war das gerade. Ach, guck mal. Da steht eine. Die haben A geholt. Scheiße. Muss B saven. Save that shit. Wo stellt man sich denn hier am besten auf? Hä? Von oben. Na klar. Ja. Der Feind hat keine Leben mehr übrig. Nein. Warum ist denn da einer? Ach so, ich kann nicht mehr richtig spawnen. Toll. Wir haben nur noch... Zwei Leute. Vier gegen fünf. Klatsch oder Kick? Voll. Ah, lass dich nicht mäken. Der lässt sich jetzt... Der verkackt jetzt. Pass auf. Nee, er hat sie vier. Vier gegen drei nur noch. Vier gegen zwei. Unter ihnen ist einer. Immer noch vier gegen zwei. Die Gegner gehen auch gar nicht auf Dings. Die spielen auf Kill und nicht auf. Zeit läuft ab. Ja, entweder gehen sie rein oder töten jetzt die anderen vier. Schon einer weniger. Und drei gegen zwei. Verlängerung, weil einer drin steht. Gas. Links, da ist er doch. Schießen wir ab. Nur noch einer. Nur noch einer. Zwei gegen eins. Alter, das kann nicht wahr sein. Verkackt das doch nicht. Der ist an der Kiste. Wo soll er sonst sein? Irgendwo liegt er hier rum. Er hat sich auch mäken lassen, Alter. Das kann nicht... Wo zählt ihr denn hin? Der ist auf B. Der nimmt B einschna... Alter, ist der doof. Und du hast verloren, Freundchen. Wat'n Idiot, Junge. Alter. Ich hab schon wieder Latenz gehabt, eben kurz. Du kannst doch nicht, wenn... Nee, also. So'n Blödfön, Junge. Ich hab' noch nie erlebt. Da hab' ich mich machen lassen. Scheiße. Ich mein, ich lass mich zwar mäken, aber ich spiel' Objective. Ja? Meine Kugeln kommen nicht an, aber denen ihre. Das ist schon mal gut. Wir nehmen einfach alles ein. Wir nehmen einfach alles ein. So, B haben wir. Ja, nicht mehr so viele... So viele Teammates. Natürlich belastet. So. Jetzt wollen wir uns halt... Irgendwo da hinten steht noch einer. Du kannst mal nicht mehr... Angriffen bei Elbe. Mhm. Hmm. Hm. 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 ich nehme ein nein leg dich doch nicht immer da auf boden man ja ich bin wieder raus wir haben noch ein cool die camp haben gewonnen es gibt noch einen seitenwechsel sind wir noch nicht raus latenzschwankungen ja leck mich doch an der latenz auch schon gemerkt du pisse stübst du pisse auch ich weiß gerade nicht von wo den haben wir auch sehe ich nicht sehe ich einfach nicht und jetzt von hinten wo ich mir die muni holen egal komm den schmeißen wir eine granate auf eine bombe auf den kopf immerhin eingekillt dabei die dürfen nicht einigen fucking trophy system abel verloren die haben nur noch acht leben die haben nur noch fünf das wird ja wohl machbar sein gehen wir hier hoch pech haben ist hier unten gleich einer sag ich doch alter das kann nicht wahr sein ich kann auch nicht mehr vier gegen fünf vier gegen fünf jetzt geht das wieder los alles klar zwei gegen fünf das ding ist gegessen mein team ist kacke ja wenn ich das wüsste wenn ich das wüsste was da passiert ist die gleitbombe team mvp meiste mehrfach abschüsse ich meiste kopfschüsse wie blake und lobende anerkennung kommen wir nehmen die mehrfach abschüsse wir geben patrouille auf der map castle ist sie neu die gab die map habe ich aber irgendwo schon mal gesehen irgendein call of duty gibt gab es die schon mal jeden fall spielen wir patrouille amal ohne fanny amal ohne fanny amal ohne fanny amal 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 das mit ihm naja patrouille heißt wir müssen in den bands und verteidigen Freunde hier habt ihr noch ein bisschen Munition und Granat Die sind alle hinter der Mauer. Einer ist direkt hier hinter. Da kann ich so nicht treffen. Weil hier ist Stacheldraht. Das ist ein bisschen belastend. Von hinten. Komm ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Oh, Pupfi, Volti. Jetzt geht das in die andere Richtung wieder. So ne Scheiße. Irgendwo von da kommen die gleich alle. Nein! Ich hab doch zuerst geschossen. Wieso kommt meine Kugel nicht an? Ey, die Gegner haben auch einfach nur einen Punkt. Einen ganzen. Objektiv spielen ist nicht so der Ding. Die Waffe hat keine Lust heute Kills zu machen. Weiß ich nicht. Damage ist aus. Und hier kommt von der Seite einer. Belastet. Wieso machen die denn so viel Schaden? Die treffen mich einmal. Ich bin instant down und der hat sicherlich nicht auf meinen Kopf geschossen. vom N펙 auf dem Fass. Noch nie zum Schaden nochmal. Tja! Dom الذي Nein, da war noch einer. Wo kommt der denn her? Den habe ich mir gekriegt. Den habe ich auf dem Radar gesehen. Da ist auch noch einer. Der kann ja durchschießen, ich nicht. Belassen. Er bereitet Goliath vor. Sehr schön. Er ist noch durch die Granate gestorben, alles gut, alles richtig gemacht. Na klar, klar kämmt er da. Er sagt sich, hm, ist mir egal. Ich brauche kein Objective spielen, mein Team verliert ja eh, weil alle kein Objective spielen, also stehe ich irgendwo in der Ecke und camp im Sniper. So ein hässlicher Mongo, Junge. Entschuldigung. Ich mache auch hier nicht durch die Granate gestorben. So einig. Wir haben gewonnen, weil, ja, Zeit 87 war jetzt nicht so scheiße, 19 Kills, wir haben einen, der hat 64 Kills gemacht, weil er die auch immer gemacht hat, keine Ahnung, don't forget the report, was denn? Was willst du denn hier reporten, Leute, die einfach nix machen, okay, ähm, ja, der hat vielleicht einen, unser bester Spieler mit den 64 Kills, kann gut möglich sein, Paradise, Stellung, taktisches Tempo, 6 gegen 6, mal gucken, mal gucken, mit Loved, mit Loved. Durch alle Sinne, sehen, hören, fühlen, riechen und schießen. Und scheißen. Scheißen ist der größte Sinn. Ich sehe noch, dort da, noch 2. stellen uns einfach mal die stellung keiner von den rein in die stellung über Die Stellung erobert. Stellung ist aktiv. All right, gestillt bereit. Snappen die Vorräte. Von hinten. Hab ich. Aua, aua, aua. Ich habe keine Munition mehr. Oh nein. Die Stellung gehört uns. Sehr gut. Hä? Von wo? Ich wollte doch sagen, da war ein Gegner. Aufklärung ist unterwegs. Hier ist der Bunker, den ich und Fanny letztes Jahr... Steht der da hinten einfach. Ach, so ein Arschloch. Nicht so schlimm. Bombe drauf, ah? Bums. Rein in die Stellung. Hier ist Munition. Natürlich werde ich abgeschossen. Nimm mich doch. Hier ist ja was los. Nein, da war wieder die Muni leer. Ist egal. Gleitbombe, ab geht er. Da bin ich, das heißt, ich bin gleich tot. Aber... Da gab es was zu holen. Nee, ich bin doch nicht tot. Hat er mich nicht beachtet, weil ich mich nicht bewegt habe. Krasse. Nee, ich wollte gar nicht im Bunker. Scheiße, raus hier. Einfach im Bunker gelaufen. Das ist am liebsten. Hä, von wo... Ach, da oben. Wer wagt es? Das ist am liebsten. Neu-Stellungs... Jaworn! Ja. 24 Kills, Minute 30 im Ziel. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. War eine gute Rande. Runde. Eine schöne Runde-Stellung. Alter, der letzte Abschuss. Will empfehlen sie. Pew, 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 pew. Team-MVP bin ich bestimmt auch irgendwo, oder auch nicht. Also der bin ich nicht. Der könnte ich sein. Ja, ich habe den Highscore und das bin ich nicht nochmal. Das ist höchste KD. Obwohl, meiste Zeit beim Ziel hätte ich wählen müssen. Naja, Highscore. Aber ich, ich habe mich selbst gewählt. Ich finde mich gut.